Die Idee, eine repräsentative Kunsthalle in Bonn zu bauen, ist so alt wie die Bundesrepublik selbst. Doch es dauerte bis 1992, ehe sie eröffnet wurde, in einem ganz anderen Deutschland. Nun wird die Bonner Bundeskunsthalle 30 Jahre alt. Die berühmte Performancefrau Marina Abramowitsch ist eine der Gratulantinnen in einem Gebäude, auf dessen begrüntem Dach hellblaue Lichtschächte der Hingucker sind. Und in dem zahlreiche Ausstellungen wie die der Bildhauerin Niki Desampal immer wieder für künstlerische Debatten sorgten. Das bedeutendste Werk aber, das Opus Magnum, so sagt es der Architekt dieses Hauses, Gustav Peichel, sei die Kunsthalle selbst. Über das Jubiläum in der alten Bundeshauptstadt Rupert Widerwald. Das ist natürlich Kunst. Und das hier sowieso. Die Bundeskunsthalle in Bonn, das ist mehr als nur klassischer Kunstbegriff. Das ist Begegnung, Erfahrung und eben auch klassisch Kunst. Seit 30 Jahren. Ein Ort, der der kleinen Ex-Hauptstadt Bonn einen Platz in der großen Kunstwelt sichert, finden die Bonner jedenfalls. Die Welt kommt hier einfach nach Bonn. Man muss nicht in die Welt reisen, egal ob das MoMA aus New York oder Petersburg, die Kunstsammlung, alles kann man hier sehen. Deswegen fühlen wir uns auch so wohl hier, dass wir so ein tolles Angebot haben und genießen das auch sehr, dass wir nicht weit fahren müssen und trotzdem hier das Gefühl haben, irgendwie in einer großen Stadt zu leben. Die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland ist hiermit eröffnet. Helmut Kohl sprach diese Worte vor 30 Jahren. Er wollte ein Schaufenster, das den geistigen und kulturellen Reichtum Deutschlands zeigt. Er bekam erst mal blanken Protest. Vielen erschienen Idee und Kosten von 130 Mio. Mark ein wenig überdimensioniert. Seitdem gibt es hier in immer neuen Ausstellungen alles zu sehen, was irgendwie unter dem Titel Kultur laufen kann. Darunter fallen auch die Schätze des Pharao Tutankhamun, Kleider von Karl Lagerfeld oder Popkonzerte auf dem Museumsvorplatz. Die Bundeskunsthalle trägt den Bund im Namen, sollte für Deutschland etwas repräsentieren, steht aber im kleinen Städtchen Bonn. Und ist damit auch eine Art Entschädigung für verlorengegangenes Renommee, berichtet die Kuratorin, die vom 1. Tag an dabei war. Die Bonner haben dieses Haus sofort angenommen, weil das einfach einzigartig war. Aber es war nicht einzigartig für Bonn und nicht für die Region, sondern für die Bundesrepublik Deutschland. Und da war natürlich schon klar, balsam auf die geschundene Seele der ehemaligen Bundeshauptstadt, die sich nur noch Bundesstadt nennen durfte. Die Kunst, die hier gezeigt wird, ist fast immer geliehen. Sogar das Guggenheim war schon hier. Denn eine eigene Sammlung hat die Bundeskunsthalle nicht. Der Föderalismus lässt Kunst eigentlich Ländersache sein. Ein Nachteil, der ein Vorteil sein kann. So muss das Haus offen und breit angelegt sein. Oder um es modern zu sagen, divers. Die Internationalität ist uns nach wie vor ein Riesenanliegen. Wir versuchen, aus der ganzen Welt Schätze zusammenzuholen und vor allem unseren Besucherinnen und Besuchern das zu zeigen. Die Bundeskunsthalle ist mit der Zeit gegangen. Für Geflüchtete aus der Ukraine bietet sie inzwischen eigene Führung an. Auch Teil des Kunstbegriffs hier. Und ganz klassisch feiern sie den Geburtstag heute Nacht mit einer Party. Und dieser Lichtinstallation des finnischen Künstlers Garikola. Und hier ist ein Führung an. Ich habe jetzt einen Führung an. Aber ich bin ja, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020